Ich bin immer so viel mehr begeistert, die Leute zu sehen, wie diese virtuellen Raum erleben. Das ist für mich viel spannender, als ich selbst den virtuellen Raum zu sehen. Das ist für mich einfach sehr interessant, weil es ist ein isoliertes Erlebnis und nicht nur isoliert als Metapher, sondern literar. Es gibt ein Gerät, das die in eine Isolation, was es betrifft, hören und sehen und bewegen, bringen. Und das finde ich sehr interessant und sehr melanchol. Deshalb ist es für mich sehr wichtig, das zu beobachten. Und ich bin immer sehr inspirierend aus diesem Bild, wo die Leute diese VR-isoliert erleben. Was auf jeden Fall neu ist, ist der Blick von außen auf die Person, die in der VR ist, in der echten Welt auch. Dass wir uns überhaupt Gedanken darüber machen, wie schaut jemand aus, der seine Brille auf hat und sich da irgendwie für sich in der VR beschäftigt oder irgendetwas macht. Der User hier in dem, was wir jetzt einmal vorhaben bis zum Freitag, ist tatsächlich eben doppelt in einer Rolle. Einerseits eben als Akteur für sich selber, für das, was er in der Anwendung macht, nämlich tatsächlich auf Vögel schießen, um Fotos zu nehmen. Und andererseits ist er eben für uns Außenstehende ein Performer. Das heißt, jemand, der etwas macht, was für uns Außen eigentlich nicht direkt sichtbar ist. Man sieht eigentlich nur die Reaktion von seiner Aktion, die halt eben passiert. Und das Lustige ist halt irgendwie, er wird unbewusst auch halt eben zu der Person, die sich selber aufnimmt. Er ist sich wahrscheinlich in dem Moment gar nicht bewusst, dass er irgendwie Handlungen setzt, die eigentlich einen Vogel abschießen. Aber der Vogel für uns Außenstehende ist eigentlich er, weil er sich selber fotografiert. Und das ist irgendwie etwas, was mir sehr gefällt, weil es irgendwie auch in den Arbeiten, die Anna uns von sich gezeigt hat, eben dieser gewisse Witz, den man da immer wieder findet, nämlich, dass man gewisse Rollen umdreht. Und auf einmal ist man nicht mehr die Person, die halt eben quasi da aktiv was macht, sondern die Person, die auf einmal eben benutzt wird im weitesten Sinne. Sie interessiert sich weniger für diese virtuelle Welt. Die ist halt da als Input für den Betrachter, der dann etwas macht. Und das ist ihr wichtig. Was macht er dann und wie schaut das aus? Und kann man den vielleicht ein bisschen steuern? Indem man da zum Beispiel sagt, okay, da eine Vogel ist da, dann schießt man den ab. Dann muss er so stehen, dann wird ein Foto gemacht. Und dann ist der Vogel da drin und muss er rüber. Und dann wird da ein Foto gemacht. Und wenn man diese Fotos dann wieder in einer Sequenz aufbaut, wieder mit Stop-Motion, einen Stop-Motion-Film macht, ja, was für Bewegungen entstehen da? Oder was für Choreografie ist da dahinter dann?